liebe zuschauer heute gehen wir der frage auf den grund was ist das new normal in der pr sie sehen ich bin schon mittendrin bei mir in meinem garden office aber zum glück war die pr ja noch nie abhängig von bestimmten tools oder kanälen oder gar dem arbeitsplatz entscheidend ist dass sie die beste bühne für ihre botschaft finden früher hat man einen berittenen boten losgeschickt heutzutage tummelt man sich authentisch und glaubwürdig in social media und das wichtigste ist dass ihre zielgruppe weiß dass sie noch im business sind dass sie die besten produkte und services anbieten und auf welchen kanälen sie ihre zielgruppe überhaupt erreichen kann denn nichts ist schlimmer als ein partner der in der größten krise anfängt zu schweigen von dem her haben sie nach wie vor die freie auswahl auch im new normal der pr ob sie einen virtuellen redaktionsbesuch planen einen hybrid event oder auf mieter mailings statt mieterversammlungen setzen sie haben die freie auswahl wichtig ist dass sie einen echten dialog hinbekommen denn auch ich weiß jetzt nicht ob sie inzwischen schon gelangweilt an der kaffeemaschine stehen oder mir immer noch zuhören von daher freuen wir uns sie kennen das spiel auf jede menge kommentare in social media in diesem sinne vergessen sie auch nicht jede zielgruppe mitzunehmen insbesondere ihre mitarbeiter und ihr vertriebsteam sollten über ihre kommunikationsstrategie bescheid wissen in diesem sinne bleiben sie gesund und bleiben sie vor allem dingen im gespräch